ja vielleicht erinnert sich jemand an diese batterie gemacht und hier schaut euch das an seit ein über ein halben jahr wird diese batterie nur mit wasser betrieben und die lampen leuchten hier immer noch ich mach mal kurz licht aus moment so sie leuchten durchgehend ok ich wollte euch mal zeigen wie erlauen wirkt nie gefüllt oder sonst was angeschlossen oder irgendwas anderes die leuchten einfach vor sich hin ok und der tag und nacht